Hallo und willkommen zurück. In diesem Video werden wir Adressdaten importieren und zwar aus einer CSV-Datei und nicht von einer KI erzeugt wie im letzten Video. Das wäre also ein Szenario, was durchaus auch in der echten Welt so vorkommen kann. Wir werden das hier an der Oberfläche machen. Man wird die CSV-Datei also in unsere Applikation hochladen können. Das kann auch ganz anders gestaltet sein mit der Bricksbox, dass es im Hintergrund passiert oder die CSV-Daten hochgeladen werden. Oder es können auch andere Formate als CSV sein, beispielsweise natürlich JSON-Dateien oder welche Form auch immer, die man dann umwandeln kann. Schauen wir uns das Ganze an und bauen das mal ein. Wir werden also ähnlich Adressdaten importieren, wie wir es gestern gemacht haben. Heute aber deutlich mehr, weil wir einfacher mehr erzeugen können und auf eine andere Art und Weise, sodass wir es auch dauerhaft benutzen können. Wir starten mit unserer App, die wir im letzten Video schon erstellt haben, nämlich die Create-GPT-Adresses. Der Titel stimmt demnächst jetzt nicht mehr so ganz, wenn wir die Adressen auch aus einer anderen Quelle bekommen, aber grundsätzliche Züge von dieser Applikation, die können wir auch weiterverwenden und müssen dafür nichts Neues machen. So, wie funktionierte die? Wir haben hier oben auf Erzeugen geklickt, dann hat Chat-GPT drei Adressen nach unserem Vorbild erzeugt, die in einer Liste angezeigt und erst wenn wir auf Speichern geklickt haben, wurden die Adressen aus der Liste gespeichert. Ich schaue nochmal kurz auf den On-Click-Code auf dem Speichern-Button, der ist nämlich besonders relevant. Und der nimmt sich App New Address Array und nimmt alle Adressen daraus und erzeugt daraus neue Adressen in unserer Datenbank. Und wenn wir uns diesen On-Sub-Data-Request-Code nochmal angucken, der returnt nur dieses Array. Was wir jetzt also machen wollen, wir haben eine CSV-Datei, die wollen wir hochladen und eigentlich wollen wir diese Datei hochladen und auch den Inhalt in New Address Array abspeichern, dann ist nämlich egal, ob wir die Adressen aus unserem Create-Button erzeugt über Chat-GPT bekommen haben oder ob wir die Adressen aus einer CSV-Datei hochgeladen bekommen haben. So, das ist jetzt mal erstmal ein kurzer Überblick, wie unsere Ausgangssituation nochmal ist. Ich füge mal hier oben in der Row mit dem Erzeugen mal ein neues Control ein und das ist ein File-Import-Control. Es braucht nicht unbedingt eine ID, wir wollen es erstmal nicht genau ansprechen. Im zweiten Schritt machen wir das wahrscheinlich schon, aber ich lasse es erstmal so im Default-Verhalten. Und das Wichtigste, was dieses File-Import-Control bekommt, das Control sehen wir hier schon, das lässt sich leider nicht anders gestalten, dazu mehr später. Das Wichtigste, was das Control bekommt, ist ein Event und zwar ein On-File-Import-Event. Sehr, sehr kontrollspezifisch, wie hier schon dabei steht, passiert nur bei diesem Control. Und hier werden wir angesprungen, wenn wir eine Datei hochgeladen haben, die auch von der Bricks-Box automatisch interpretiert werden konnte. Und das sind zum Beispiel CSV-Dateien. In diesem File-Import-Event-Code steht uns jetzt ein besonderes Objekt zur Verfügung, nämlich Event-Arcs, die wir hier extra bekommen, die es nicht in allen Events gibt, aber bei On-File-Import gibt es die zum Beispiel, wo wir zusätzliche Informationen bekommen über dieses Event. Und das ist in dem Fall der Inhalt von unserem File, den wir hochgeladen haben. Ich habe das mal kurz in der Zwischenablage vorbereitet. Ähnlich wie in unserem On-Click-By-Create, weisen wir jetzt der Variable AppNewAddressArray den von uns schon aufbereiteten Inhalt vor. Und ich werde auch hier die Bug-Breakpoints anmachen, damit wir uns dieses Event-Arcs-Detail-Lines mal genau anschauen. So, was machen wir dann noch? Wir wollen den Inhalt darstellen, wollen also auch danach ein Refresh machen. Und zwar wollen wir unser Grid-Addresses refreshen. Das wusste ja nicht, woher die Daten kommen. Das ist einfach nur darauf angewiesen, AppNewAddressArray zu kennen. Und das sollte schon reichen, damit wir alles angezeigt bekommen. Wir hätten natürlich jetzt auch theoretisch in einer ganz anderen Variable das hier speichern können und dann in OnSubDataRequest hier entscheiden können. Nehmen wir die Daten jetzt von ChatGPT oder nehmen wir die Daten aus dem CSV-Import. Aber warum sich die Mühe machen, das da zu entscheiden, wenn wir dieselbe Datenstruktur oder fast dieselbe Datenstruktur, muss ich sagen, wir sehen gleich ein paar kleine Unterschiede, wie wir die hier irgendwo zwischen gespeichert bekommen und immer dieselbe Datenstruktur benutzen. Ich beende das mal hier mit OK und speichere die App mal ab. Und jetzt lade ich mal meine CSV-Datei hoch. Vielleicht sollte ich die mal kurz vorher anzeigen. Hier haben wir unsere Bike-Orama-Addresses und mit Überschriften versehen, ein bisschen farblich gekennzeichnet, haben wir unsere typischen Adressdaten mit ADR-Firstname, ADR-Lastname. Also diese Namen habe ich schon beim Erzeugen des CSVs so genommen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Real-World-Szenario, weil ich aus einem Fremdsystem vielleicht nicht unbedingt die Exportnamen der Spalten bestimmen kann und die halt so heißen, wie sie in dem exportierenden System heißen. Aber dafür gibt es natürlich auch in JavaScript Möglichkeiten, diese Spaltennamen umzubenennen. Habe ich jetzt erstmal nicht hier gemacht. Ich habe die Mock-Daten, die ich erzeugt habe mit einem Online-Tool und die sind halt schon so erzeugt mit den entsprechenden Spaltennamen von mir. Aber so sähe die Datei aus, die ich jetzt hier gleich hochladen werde. Nehme die hier aus und schon werden die angezeigt. Jetzt habe ich blöderweise, ich lade die App nochmal kurz neu, weil ich wollte ja eigentlich im Debugger an der Stelle stehen bleiben und nicht direkt schon das Ergebnis sehen. Bevor ich jetzt hier draufklicke, mache ich nochmal die Debug-Tools mit F12 auf und wir werden hier gleich im Netzwerk, in den Quellen an der richtigen Stelle stehen bleiben. So, da haben wir wieder unseren Debugger-Breakpoint und wir sehen hier unsere beiden Befehle. Einmal das Zuweisen und einmal den Refresh-Befehl, den wir ausführen wollen. Und hier sehen wir auch unsere Event-Arcs, die belegt werden, auch von der Bricksbox automatisch. Schauen wir die Event-Arcs mal genau an. Wir haben also hier Details, haben wir schon gesehen. Wir haben Current Target und sonst ein paar Event-Arcs, aber für uns ist eigentlich relevant Details. Und unter Details, jetzt wird es nämlich sehr interessant für unser gesplittetes File, wir haben einmal CSV-Lines, also 1000 Zeilen, die wir hier gerade importieren wollen. Wir haben noch ein File-Info, wie hat die Datei geheißen. Wir haben, jetzt habe ich das weggeklickt aus Versehen. Wir haben die Lines mit ihren kompletten JSON-Objekten, also hier schon gesplittet mit City, Country. Da habe ich jetzt eben gesagt, die sind fast identisch. Ich musste mir jetzt aus Gründen der Erzeugung, damit die Stadt auch immer in Deutschland ist und so weiter und die Postleitzahl in Deutschland ist, muss ich ein Land dazu nehmen und das ist auch im Export dabei. Habe ich aber gedacht, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil wir haben jetzt hier den Fall, dass wir mehr Import-Daten haben, als wir eigentlich brauchen. Hier sind überflüssige Spalten drin, die aus technischen Gründen da sind. Wir können aber trotzdem importieren. Das andere, was aus technischen Gründen da ist, werden wir gleich auch noch in der Liste sehen, ist nämlich noch ein paar Sachen für die Straße, die musste ich auch ein bisschen zusammenbauen. Also dieses Array, was wir hier schon automatisch von der Bricksbox gesplittet bekommen haben, aus CSV, Komma getrennt, dann schon in die richtigen JSON-Bezeichnungen. Wir haben ein JSON-Array daraus bekommen. Sieht also im Grunde so aus, wie das, was ChatGPT uns geliefert hat im letzten Video, plus ein paar zusätzliche Felder. Auch das geben wir hier einfach in unsere Variable und refreshen die Liste und bekommen es angezeigt. Jetzt haben wir eine kleine Besonderheit. Wenn ich das jetzt gemischt benutzen wollen würde, also die App einmal starten, CSV-Datei auswählen, wir haben die ganzen Spalten da drin, dann wähle ich Erzeugen und lasse mir noch zusätzlich mit ChatGPT erzeugen. Dann sehen die ein klein bisschen anders aus vom Format. Die haben zum Beispiel von ChatGPT kein Country. Und die anderen Felder, die hier noch zusätzlich drin sind, sind zum Beispiel ADR-Street-Name, Number und Suffix. Ich brauchte die drei Einzelfelder, um mir dann eine ganze Straße zusammenzubauen als vierte Spalte. Die sind auch hier überflüssig drin und sollen eigentlich nicht importiert werden. Die sehen bei ChatGPT natürlich ein bisschen anders aus, diese Daten. Unsere Liste, in der wir die anzeigen, wird aber definiert erstmal durch das erste Mal darstellen. Dann bekommt ihr also ihre ganze Spaltenorganisation und die Anzahl ihrer Spalten. Hätten wir das jetzt mit ChatGPT gemacht, hätten wir eine andere Anzahl von Spalten oder eine andere Zusammensetzung von Spalten auch in dem anderen Fall. Und deswegen müssen wir noch einen kurzen Befehl einbauen, um dieses Grid wieder in seinen Ausgangszustand zu versetzen und zu sagen, du bist noch gar nicht initialisiert worden. Und die nächsten Daten, die du bekommst, bestimmen, wie deine Struktur aussieht. So, das werde ich jetzt mal kurz einbauen in beiden Fällen, weil sowohl ChatGPT erzeugen als auch Fileimport erzeugen muss das eigentlich genauso machen. Ich mache hier mal die DevTools zu. Hier sehen wir auch wieder unser Grid angezeigt und wenn ich hier nochmal die anderen Details aufklicke, haben wir auch dieses Street Suffix, Street Number und Street. Das ist im Prinzip dann zusammengebaut aus Name, Alley, also dem Suffix und dann der Hausnummer. Aber diese Spalten interessieren uns ja nicht. So, der Befehl, den wir da brauchen, heißt SetGridDefaults und wir müssen den sowohl hier vor dem Refresh als auch beim Fileimport vom Refresh haben. Das ist natürlich ein Befehl, der Bricks API. Defaults und der bekommt rein einmal den Namen des Grids, die Klammer sollte außerhalb, das ist unsere Grid Addresses. Und als zweiten Parameter ein bool, true, das auch wirklich alles resettet werden soll und nicht nur die Filterwerte und sowas. Ich habe mir das noch in die Zwischenablage kopiert, weil den exakt gleichen Befehl werde ich beim Fileimport vor dem Refresh auch brauchen. Und das hier auch einfügen. Und wenn ich jetzt nochmal, sollte aber eigentlich keinen Unterschied machen, das File ist automatisch gesplittet und wir haben jetzt hier 1000 Adressen drin. Würde ich jetzt auf Speichern klicken, würden diese 1000 Adressen alle importiert werden. Das kann ich jetzt mal machen, das wird dann auch ein Weilchen dauern und schauen wir mal, wie das dann funktioniert im Moment. Ich mache vielleicht unsere Adressliste nochmal parallel auf in der neuen Tab. Haben wir unsere 6 Adressen eingefügt und da kommen dann jetzt nochmal einige dazu. Klicke ich mal hier auf Speichern. Wir sehen, der Progress Bar läuft jetzt eine Weile. Ich kann jetzt schon mal in die andere Ansicht wechseln und hier mal aktualisieren. Und wir haben schon 33 Pages hier erzeugt, also allzu lange wird es jetzt nicht mehr dauern. Wir sind bei 46, 51. Wir müssten hier bei 101 Pages dann landen. Also die 100, die wir importieren, plus die eine Page, die schon da ist. Dreiviertel fertig. Ja, 101 Pages und der ist auch durch. Damit haben wir jetzt eine ganze Menge Adressdaten importiert. Die sind alle dauerhaft in der Datenbank bei uns gespeichert. Und wir können auch ein bisschen schöner in Zukunft Aufträge anlegen und landen nicht immer bei denselben paar Adressen. Das ist auch praktisch für Umsatzstatistiken, die wir dann in Zukunft mal erstellen. Wir werden das Ganze mit verschiedenen Verfahren dann in den nächsten Videos noch mit Artikeln machen. Und dann auch Auftragsdaten erzeugen. Dazu werde ich andere Verfahren nehmen. Weil Adressdaten so auf D und A zu importieren, ist gut und schön. Kann man an der Oberfläche auch mal so machen. Den initialen Import würde ich vielleicht auch anders machen. Eher über Datenbanktools importieren, als das so zu machen. Aber es kann auch durchaus mal sein, dass man regelmäßig irgendwelche CSV-Daten bekommt. Das müssen ja nicht unbedingt nur Adressen sein, die man dann importiert und da abgleicht. Und dass auch ein User das machen darf, ist also schon durchaus legitim. Das ist also ein Weg, Daten zu importieren. Ja, was haben wir gelernt? Daten zu importieren im CSV-Format mit der Bricksbox ist gar kein Problem. Das File-Import-Control bietet schon eigentlich alle Features, um die Daten zu splitten, in seine Bestandteile zu zerlegen. Und bietet eigentlich schon alles aufbereitet, dass wir das 1 zu 1 so mit der Bricksbox benutzen können. Also de facto haben wir hier, wenn wir das Anzeigen nicht unbedingt gemacht hätten, hätten wir eigentlich dieses Event aufrufen können. Und das, was hier bei OnSave passiert, also diese 5 Zeilen, hätten wir ja 1 zu 1 in dieses OnFile-Import-Control reinnehmen können. Und hätten statt hier New Address Array direkt unsere Detail-Lines nehmen können. Und hätten den Import hier mit 5 Zeilen auch gemacht. Natürlich kann man sowas auch automatisch machen, aber die zu importierenden Daten sehen natürlich selten so perfekt aus, wie ich sie jetzt hier aufbereitet habe mit den richtigen Spaltennamen. Und wir können so ein JSON-Objekt einfach so reingeben und das speichern. In der Regel müssen die Daten aufbereitet und umformatiert werden. Vielleicht dieses Zusammenjoinen der Straße mit dem Suffix und der Hausnummer hätte ich natürlich auch hier im JavaScript-Event machen können. Und werde ich auch in einem anderen Fall nochmal so demonstrieren, wie man das dann machen würde. Man hätte also noch viel mehr mit den Daten machen können. Inklusive natürlich auch Querlesen in der Bricksbox-Datenbank, um noch Bezüge zu anderen Daten zu besorgen. Wie zum Beispiel gibt es die Adresse vielleicht schon mal. Also so einfach geht CSV-Import in der Bricksbox. Wir werden das in den nächsten Videos noch ein bisschen schöner gestalten, was die Oberfläche des Import-Controls angeht. Hier kann man zum Beispiel noch stattdessen einen anderen Button nehmen und virtuell auf das Control draufklicken. Aber wir lassen das im ersten Schritt erstmal so und haben eine weitere Möglichkeit gefunden, Daten zu importieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen, Kommentaren gerne unten unter das Video. Werde ich mir alles anschauen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Viel Spaß mit der Bricksbox. Bis zum nächsten Mal.